Ein Social Network, das dich für deine Reichweite entlohnt und an seinem finanziellen Erfolg beteiligen wird. Eine Plattform von Unternehmern, die gründet für Unternehmer. Wenn Sie ein Unternehmer sind oder ein Unternehmer werden wollen, Sie Dienstleistungen anbieten oder Produkte herstellen, dann passen Sie jetzt auf. Wir stellen hier ein Geschäftsmodell vor, von dem Sie so noch nicht gehört haben. Es wird versorgt von Business News Kanälen und wird auf allen Social Media Plattformen beworben. Ihre Freunde und Kollegen werden darüber sprechen. Und viele werden damit Geld verdienen, wenn sie auf unserer Plattform werben oder einfach nur teilnehmen. Ohne zu viel Informationen geben zu wollen, können wir sagen, der Service wird zukünftigen Unternehmern helfen, Ideen für ihr Unternehmen zu finden und wird helfen, sich mit Unternehmen zu verbinden. Dieses Unternehmen wird Zugänge zu Fördermitteln verschaffen. Es ist ein revolutionäres Konzept. Heutzutage denken immer mehr Menschen darüber nach, ihr eigenes Geschäft zu eröffnen. Doch nur wenige finden wirklich Antworten. Bei der momentanen Arbeitslosigkeit und den unglaublichen Geschäftsmöglichkeiten, die sich heutzutage bieten. Anstelle später von anderen zu hören, profitieren Sie jetzt von dem Entwicklungsprozess. Wir haben alle schon Geschichten von Leuten gehört, die reich geworden sind. Überlegen Sie, Sie wären dabei gewesen, als Bill Gates, Microsoft, Steve Jobs, Apple oder kürzlich Mark Zuckerberg Facebook gegründet hat. Diese Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, ist nur selten. Heute klopfen wir an Ihre Tür. Keine Ahnung, es wird nichts kosten. Das Beste an dieser Möglichkeit ist, sie ist risikolos. Das Einzige, was wir uns wünschen, ist, berichten Sie Ihren Freunden von dieser Möglichkeit. Dafür sind wir bereit, sie zu belohnen. Und wenn wir starten, werden viele Geld damit verdienen, einige sogar sechsstellige Summen. Für mehr Informationen melden Sie sich jetzt an. Der Link ist in der Infobox unter dem Video in der Videobeschreibung. Aufgrund von rechtlichen Beschränkungen können wir nur eine bestimmte Anzahl von Personen mit in den Lounge nehmen. Nach der Anmeldung werden drei Dinge passieren. Erstens, Sie werden zu einem weiteren kurzen Video weitergeleitet, indem Sie noch mehr über uns und unsere Vision erfahren. Zweitens, werden wir Sie über unsere Lounge auf dem Laufenden halten und Ihnen die Möglichkeit einräumen, am inneren Circle teilzunehmen. Drittens, wir werden für Sie Ihre Freunde über uns ganz einfach informieren, bevor wir starten. Nur gemeinsam sind wir stark. Finden Sie den Link zur Anmeldung unter dem Video oder in der Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017